Der Sturz der Drachen Das Jahr des falschen Frühlings Das Jahr 281 gingen die Annalen von Westeros als das Jahr des falschen Frühlings ein. Der Winter hielt das Land seit fast zwei Jahren in seinem eisigen Griff, doch jetzt begann der Schnee zu schmelzen, die Wälder wurden grün und die Tage wieder länger. Obwohl die weißen Raben noch nicht geflogen waren, glaubten selbst in der Zitadelle von Alsace viele, das Ende des Winters sei nah. Als von Süden warme Winde wehten, machten sich Lords und Ritter aus dem ganzen sieben Königsland nach Harrenhall auf, um an Lord Wendt großem Turnier am Ufer des Götterauges teilzunehmen, denn es versprach der größte und prächtigste Wettbewerb seit den Tagen Aegons des Unwahrscheinlichen zu werden. Wir wissen sehr viel über dieses Turnier, denn was sich vor den Mauern von Harrenhall ereignete, wurde von zwei Dutzend Chronisten festgehalten und darüber hinaus in vielen Zeugnissen und Briefen erwähnt. Dennoch gibt es vieles, das wir wohl nie erfahren werden, denn während die größten Ritter der sieben Königslande auf dem Platz kämpften, fanden in den Hallen der verfluchten Burg des Schwarzen Harren und in den Zelten und Pavillons der versammelten Lords andere, gefährlichere Spiele statt. So wuchern um Lord Wends Turnier viele Geschichten. Erzählungen von Komplotten und Verschwörungen, Verrat und Rebellion, Ehebruch und geheimen Stelldicheins, Geheimnissen und Rätseln, doch bei den meisten handelt es sich um reine Mutmaßungen. Die Wahrheit kennen nur wenige, und einige von ihnen haben dieses Jammertal seit langem hinter sich gelassen und schweigen für immer. Der gewissenhafte Gelehrte muss daher sorgsam Tatsachen von Fantasien trennen und eine scharfe Linie zwischen den Dingen, die wir mit Sicherheit wissen, und jenen, die wir nur vermuten oder glauben, ziehen. Dies wissen wir mit Sicherheit. Das Turnier wurde gegen Ende des Jahres 280 von Walter Wendt, dem Lord von Harrenhall, angekündigt, nicht lange nach einem Besuch seines jüngeren Bruders Sir Oswald Wendt, eines Ritters der Königsgarde. Es sollte ein Fest von bislang nicht gekannter Pracht werden, denn Lord Wendt lobte Preisgelder aus, die dreimal so hoch waren wie jene beim großen Turnier von Lannisthord im Jahre 276, das Lord Tywin Lannister zur Feier von Prinz Viserys Geburt veranstaltet hatte. Die meisten sahen darin einfach nur Wends Versuch, die frühere Hand zu übertreffen und den Reichtum und die Pracht seines Hauses zur Schau zu stellen. Einige jedoch betrachteten die ganze Sache als List und Lord Wendt lediglich als Werkzeug. Lord Walter fehlte es an Mitteln, so großzügige Preisgelder auszuloben, wandten sie ein. Daher musste jemand hinter ihm gestanden haben, dem es nicht an Gold mangelte, der jedoch lieber im Schatten bleiben wollte und dem Lord von Harrenhall den Ruhm für diese prachtvolle Veranstaltung überließ. Es gibt nicht die Spur eines Beweises dafür, doch damals wie heute glauben viele daran. Doch falls es einen solchen Schatten tatsächlich gegeben hat, bleibt die Frage, wer es war und warum er nicht öffentlich in Erscheinung treten wollte. Im Laufe der Jahre wurden ein Dutzend Namen genannt, doch nur einer scheint triftig. Räger Targaryen, der Prinz von Drachenstein. Glaubt man diese Version der Geschichte, so hat Prinz Räger, Lord Walter, dazu gedrängt, dieses Turnier zu veranstalten und Lord Wends Bruder, Sir Oswil, als Mittelsmann benutzt. Räger stellt Wendt ausreichend Gold für großzügige Preise zur Verfügung, um so viele Lords und Ritter wie möglich nach Harrenhall zu locken. Der Prinz, so heißt es, hatte an dem Turnier an sich kein Interesse. Ihm ging es darum, die großen Lords des Reiches in einer Art formlosen großen Rat zu versammeln, um über Mittel und Wege zu sprechen, wie man mit dem Irrsinn seines Vaters, König Eris II., umgehen sollte, möglicherweise mittels einer Regentschaft oder einer erzwungenen Abdankung. Falls dies tatsächlich der geheime Zweck hinter dem Turnier war, so spielte Räger Targaryen ein sehr gefährliches Spiel. Zwar zweifelten nur wenige daran, dass Eris den Verstand verloren hatte, Doch viele hatten dennoch guten Grund, sich seiner Entfernung vom eisernen Thron zu widersetzen, denn gewisse Höflinge und Ratsherren hatten durch die Launen des Königs viel Reichtum und große Macht erlangt und sie wussten, dass sie all das verlieren könnten, falls Prinz Räger an die Macht gelangte. Der irre König konnte äußerst grausam sein, ein Umstand, der sich überdeutlich zeigte, wenn er jene verbrennen ließ, die er für seine Feinde hielt. Aber gleichzeitig überschüttete er jene verschwenderisch mit Ehren, Ämtern und Land, die ihm gefällig waren. Die Speichellecker, mit denen Eris sich umgab, hatten vieles und noch viel mehr durch den Irrsinn des Königs gewonnen und nutzten begierig jede Gelegenheit, schlecht über Prinz Räger zu sprechen und das Misstrauen, das der Vater ohnehin schon gegen den Sohn hegte, noch weiter zu schüren. Drei Lords des Kleinen Rates waren die wichtigsten Unterstützer des Irrenkönigs Carlton Kellstedt, der Meister der Münze Lycares Velaryon, der Meister der Schiffe und Simon Steinhof, der Meister des Rechts Der Eunuch Vares, der Meister der Flüsterer und Weisheit Rossart, der Großmeister der Gilde der Alchemisten genossen ebenfalls das Vertrauen des Königs. Prinz Räger wurde von den jüngeren Männern bei Hofe unterstützt, darunter Lord John Connington, Sir Mühl Mouton von Jungfernteich sowie Sir Richard Lohnmund. Die Dornischen, die mit Prinzessin Elia an den Hof gekommen waren, genossen ebenfalls das Vertrauen des Prinzen, insbesondere Prinz Levin Martell, Elias Onkel und Bruder der Königsgarde. Doch der eindrucksvollste Freund und Verbündete Rägers in Königsmund war ohne Zweifel Sir Arthur Dyn, das Schwert des Morgens. Großmeister Püsel und der Hand, Lord Owen Sonnenwetter, fiel die wenig beneidenswerte Aufgabe zu, den Frieden zwischen den Parteien zu wahren, deren Rivalität im Laufe der Zeit immer gehässiger zutage trat. In einem Brief an die Zitadelle schreibt Püsel, dass der Zwist im Roten Bergfried ihn unangenehm an die Lage vor dem Drachentanz erinnere, als die Feindschaft zwischen Königin Alicent und Prinzessin Rhaenyra das Reich unter schmerzlichsten Opfern entzweit hatte. Ein ähnlicher blutiger Streit stehe den sieben Königsland möglicherweise bevor, warnte er, wenn zwischen den Unterstützern des Prinzen und jenen des Königs keine Übereinkunft herbeigeführt werden könnte, die beiden Parteien zusagte. Hätten die Getreuen des Königs auch nur den Hauch eines Beweises in die Hand bekommen, um eine Verschwörung Prinz Rhaegers gegen seinen Vater zu belegen, so hätten sie diesen sicher genutzt, um den Prinzen zu vernichten. Tatsächlich hatten einige der Männer des Königs es sogar bereits gewagt vorzuschlagen, der König solle seinen treulosen Sohn enterben und stattdessen seinen jüngeren Sohn als Erben des eisernen Throns einsetzen. Prinz Viserys war erst sieben Jahre alt und seine etwaige Thronbesteigung hätte mit Sicherheit eine Regentschaft nach sich gezogen, in der sie selbst als Regenten geherrscht hätten. Angesichts dieser Lage erstaunt es nicht, dass Lord Vents Turnier sofort Verdacht erregte. Lord Kaelstedt drängte seine Gnaden, es zu untersagen und Lord Steinhof ging sogar so weit, ein Verbot aller Turniere vorzuschlagen. Allerdings waren solche Ereignisse beim Volk sehr beliebt und als Lord Sonnenwetter warnte, Eris würde sich durch ein Verbot noch unbeliebter machen, verkündete der König seine Absicht, selbst dem Turnier beizuwohnen. Es würde das erste Mal seit dem Aufstand von Dermartal sein, dass der König die Sicherheit des Roten Bergfrieds verließ. Ohne Zweifel waren seine Gnaden der Ansicht, seine Feinde würden es nicht wagen, direkt unter seinen Augen eine Verschwörung gegen ihn zu planen. Großmäster Pücel berichtet uns, Eris habe gehofft, durch seine Anwesenheit bei einem so großen Ereignis die Liebe seines Volkes zurückzugewinnen. Falls dies tatsächlich seine Absicht war, hätte der König keiner größeren Täuschung erliegen können. Obwohl seine Anwesenheit das Ansehen und die Größe des Turniers von Harrenhal tatsächlich erhöhte und weitere Lords und Ritter aus allen Winkeln des Reiches anlockte, waren doch viele erschrocken und angeekelt, als sie sahen, was aus ihrem Monarchen geworden war. Seine langen gelben Fingernägel, der zottelige Bart und das verfilzte Haar ließen das Ausmaß des Wahnsinns des Königs für alle sichtbar werden. Außerdem verhielt Eris sich nicht wie ein geistig gesunder Mensch, denn er konnte binnen Augenblicken von Heiterkeit zu Melancholie wechseln und viele Berichte über Harrenhal erwähnen sein hysterisches Gelächter, das lange Schweigen, die Weinkrämpfe und die plötzlichen Wutanfälle. Vor allem aber war König Eris der zweite misstrauisch. Misstrauisch gegenüber seinem Sohn und Erben, Prinz Räger. Misstrauisch gegenüber seinem Gastgeber, Lord Wendt. Misstrauisch gegenüber jedem Lord und Ritter, der zum Wettkampf nach Harrenhal gekommen war. Und noch misstrauischer gegenüber jenen, die durch Abwesenheit glänzten, allen voran seine frühere Hand, Tywin Lannister, der Lord von Casterly Stein. Während der Eröffnungszeremonie machte König Eris viel Aufhebens um die Einführung Sir Jaime Lannisters in die Königsgarde. Der junge Ritter sprach seinen Gelübde vor dem königlichen Pavillon und kniete in weißer Rüstung auf dem grünen Gras, während die Hälfte der Lords des Reiches zuschaute. Als ihm Sir Gerold Hohenturm auf die Füße half und ihm den weißen Mantel um die Schultern legte, ging ein Jubelschrei durch die Menge, denn Sir Jaime wurde für seinen Mut, seine Ritterlichkeit und sein Geschick im Umgang mit dem Schwert weithin bewundert. Zwar hatte sich Tywin Lannister nicht dazu herabgelassen, dem Turnier in Harrenhal beizuwohnen, doch Dutzende seiner Vasallen und Hunderte seiner Ritter waren zugegen und sie stimmten für den neuesten und jüngsten geschworenen Bruder der Königsgarde einen lauten, fröhlichen Jubelruf an. Der König war erfreut. In seinem Irrsinn, so sagen die Berichte, glaubte Eris, die Menge jubelte ihm zu. Kaum war die Einführung vorüber, begann König Eris II. starke Zweifel an seinem neuen Beschützer zu hegen. Der König hatte seinen alten Freund demütigen wollen, teilt uns Großmeister Pyssel mit. Nur wurde ihm jetzt, zu spät, bewusst, dass ihm Lord Tywins Sohn von nun an Tag und Nacht nicht mehr von der Seite weichen würde, mit einem Schwert an der Seite. Dieser Gedanke verängstigte ihn so sehr, dass er beim abendlichen Festmahl kaum etwas zu sich nehmen konnte. Folglich rief Eris II. Sir Jamie zu sich, während er über dem Nachttopf hockte, sagen manche, aber diese hässliche Kleinigkeit könnte der Geschichte später hinzugefügt worden sein, und befahl ihm, nach Königsmund zurückzukehren, um Königin Rela und Prinz Viserys zu beschützen. Der Lordkommandant, Sir Gerold Hohenturm, erbot sich, an Sir Jamies Stelle zu gehen, doch Eris ließ sich nicht darauf ein. Für den jungen Ritter, der gehofft hatte, sich beim Turnier auszuzeichnen, war diese abrupte Verbannung eine bittere Enttäuschung. Nichtsdestoweniger befolgte Sir Jamie sein Gelübde. Er brach sofort zum Roten Bergfried auf und spielte bei den Ereignissen in Harrenhall keine Rolle mehr. Außer vielleicht in den Gedanken des Irrenkönigs. Sieben Tage lang kämpften die besten Ritter und edelsten Lords der Siebenkönigslande mit Lanze und Schwert auf dem Feld unter den turmhohen Mauern von Harrenhall. Nachts versammelten sich Sieger und Besiegte gemeinsam in der riesigen Halle der hundert Herde und speisten und feierten. Viele Lieder und Geschichten erzählten von jenen Tagen und Nächten am Götterauge. Manche sind sogar wahr. Jeden Tjost und jeden Scherz an dieser Stelle aufzuzählen, würde unseren Bericht sprengen. Zwei Ereignisse dürfen wir jedoch nicht übergehen, da sie ernste Folgen nach sich zogen. Zunächst war da der Auftritt eines geheimnisvollen Ritters, eines schlanken, jungen Mannes in schlecht sitzender Rüstung, dessen Wappen einen geschnitzten, weißen Wehrholzbaum mit lachendem Gesicht zeigte. Der Ritter vom lachenden Baum wurde der Herausforderer genannt und es stieß zur Freude des gemeinen Volkes drei Männer hintereinander aus dem Sattel. König Eris II. hatte jedoch keine Freude an Geheimnissen. Seine Gnaden waren überzeugt, der Baum auf dem Schild des geheimenvollen Ritters lache über ihn und entschied, ohne einen weiteren Beweis, es müsse sich um Ser Jaime Lannister handeln. Der neueste Ritter seiner Königsgarde habe sich ihm widersetzt und sei gegen seinen ausdrücklichen Befehl zum Turnier zurückgekehrt. Als das Lanzensstechen am nächsten Morgen fortgesetzt wurde, trug er seinen eigenen Rittern wütend auf, den Ritter vom lachenden Baum zu besiegen, auf das man ihm die Maske abnehme und seine Niedertracht enthülle. Doch der geheimnisvolle Ritter verschwand in der Nacht und wurde nie wieder gesehen. Auch dies nahm der König übel auf, denn er war sich sicher, jemand aus seiner Umgebung habe diesen Verräter, der sein Gesicht nicht zeigt, gewandt. Am Ende ging Prinz Räger als Sieger aus dem Turnier hervor. Der Kronprinz, der für gewöhnlich nicht an derlei Wettbewerben teilnahm, überraschte alle, als er seine Rüstung anlegte und jeden Gegner besiegte, darunter vier Ritter der Königsgarde. Im letzten Tjost stieß er Sir Baristan Selmy aus dem Sattel, der gemeinhin als die beste Lanze der Sieben Königslande galt und gewann den Siegerlorbeer. Der Jubel der Menge soll ohrenbetäubend gewesen sein, doch König Erhils stimmte nicht mit ein. Die Waffenkünste seines Erben erfüllten ihn weder mit Freude noch mit Stolz. Er sah sie als Bedrohung. Die Lords Kelsstedt und Steinhof stachelten sein Misstrauen weiter an und erklärten, Prinz Räger sei nur im Tjost geritten, um sich beim Volk beliebt zu machen und die versammelten Lords daran zu erinnern, was für ein mächtiger Krieger er sei, ein wahrer Erbe Ergons des Eroberers. Und als der triumphierende Prinz von Drachenstein anschließend Lyanna Stark, die Tochter des Lords von Winterfell, zur Königin der Liebe und Schönheit erklärte und ihr mit der Spitze seiner Lanze einen Kranz aus blauen Rosen in den Schoß legte, bezeichneten Speichellecker, die den König umgaben, dies als einen weiteren Beweis seiner Niedertracht. Weshalb hätte der Prinz seine eigene Gemahlin, Prinzessin Elia Martell von Dorne, so beleidigen sollen, wenn nicht, um um Unterstützung zu werben, um den Eisernen Thron zu gewinnen? Die Krönung des Darkmiddchens, einem allen Berichten zufolge jungenhaften Wildfang, dem es an Prinzessin Elias zarter Schönheit mangelte, könne nur bedeuten, dass Prinz Räger Winterfell für seine Sache gewinnen wolle, legte Simond Steinhof dem König nah. Doch falls dem so war, wieso schienen Lianas Brüder dann so außer sich zu sein deswegen? Brandon Stark, der Erbe von Winterfell, musste davon abgehalten werden, Prinz Räger zur Rede zu stellen, denn er fasste die Krönung als Beleidigung seiner Schwester auf, die seit langem mit Robert Baratheon, dem Lord von Sturmkapp, verlobt war. Eddard Stark, Brandons jüngerer Bruder und ein enger Freund Lord Roberts, reagierte ruhiger, war aber ebenso wenig erfreut. Robert Baratheon, so heißt es, habe über die Geste des Prinzen gelacht und behauptet, Räger habe Lianna nur den Respekt erwiesen, den sie verdiene. Doch jene, die ihn besser kannten, sagen, dass der junge Lord über der Kränkung brütete und sich sein Herz von jedem Tag an gegen den Prinzen von Drachenstein verhärtete. Und so hatte Räger Targaryen womöglich mit einem schlichten Kranz aus hellblauen Rosen den Tanz begonnen, der schließlich die sieben Königslande in Stücke reißen und zu seinem eigenen Tod und dem vieler tausend Männer führen sollte und an dessen Ende man mit Freuden einen neuen König auf dem eisernen Thron willkommen heißen würde. Der falsche Frühling des Jahres 281 dauerte nicht länger als zwei Mondwechsel. Als das Jahr zu Ende ging, kehrte der Winter überraschend heftig nach Westeros zurück. Am letzten Tag des Jahres begann es in Königsmund heftig zu schneien und auf dem Schwarzwasser bildete sich eine Eiskruste. Es schneite fast zwei ganze Wochen und bis dahin war der Schwarzwasser fest zugefroren. Von den Dächern und Regenrinnen aller Türme der Stadt hingen Eiszapfen. Als die kalten Winde auf die Stadt niederfuhren, wandte sich König Eres II. an seine Pyromantikern und befahl ihnen, den Winter mit ihrer Magie auszutreiben. Einen Mond lang brannten riesige grüne Feuer auf den Mauern des Roten Bergfrieds. Prinz Räger war allerdings nicht in der Stadt, um sie zu sehen. Auch fand man ihn nicht auf Drachenstein bei Prinzessin Elia und ihrem neugeborenen Sohn Prinz Aegon. Zu Beginn des neuen Jahres war der Kronprinz mit einem halben Dutzend seiner engsten Vertrauten zu einer Reise aufgebrochen, die ihn am Ende in die Flusslande zurückführte. Keine zehn Wegstunden von Harrenhal entfernt überfiel Räger Lyanna Stark von Winterfell und entführte sie. Damit entfachte er ein Feuer, das sein Haus, seine Familie und alle, die er liebte, verzehren sollte und dazu auch noch das halbe Reich. Doch diese Geschichte ist viel zu bekannt, um sie hier zu wiederholen.